Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hausflipper. Wie wir beim letzten Mal aufgehört haben, fangen wir heute wieder an. Wir machen weiter, renovieren das Beiderzimmer. Das war fertig. Wenn ich mich nicht einsperren würde, würde man auch was sehen. Hier, super, ne? Manche finden es so scheiße, ich finde es gut. So soll es sein. So, die Abstellkamera, machen wir die als nächstes? Ich würde sagen, ja. Machen wir. Dafür dürfte die Farbe sogar noch reichen. Ach, da muss ich jetzt noch... Ich dachte, hier gibt es auch noch Sauna oder sowas, ne? Sauna. Ach du Scheibenkleister. Okay, also, da gibt es die Sauna. Da müssen wir das erstmal, da müssen wir jetzt erstmal gucken, äh, nach einem Spachtel. Haben wir den Spachtel? Ne, Spachtel, wie heißt das? Gips heißt das, glaube ich, hier einfach nur Gips. Da. So, da müssen wir, glaube ich, hier drauf wieder. Ich weiß nicht genau. Ja, so. Schwupp, wenn das zu Hause auch mal so geil gehen würde, ey. Das wäre der Hammer. Ich sag's dir so. Okay, jetzt müssen wir uns aber was anderes überlegen, weil ich habe ja vor, ich versuche, ich will, ich mach und tu. Ähm... Boden, Decken, Wand, 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 Lampen, Wand, Flänge, Funktionen, Türen, Teppiche, Survival, Schränke, 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 Paneele, 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 Paneele kaufen, wir kaufen Paneele, so, Paneele dran, Paneele dran, Paneele dran. Wow, das hat die gleiche Farbe wie der Boden, das ist der Hammer. Ah, super. Das finde ich doof. So, machen wir so, dann machen wir das so. Die Paneele sehen schöner aus, finde ich. Also es sollte schon, es sollte nicht gleich aussehen wie der Boden. Und ich habe keine Lust jetzt den Boden hier auszutauschen. Ich finde die Paneele ja mühsam, ne? Auch wenn es immer noch schneller geht als in der richtigen Welt, also. Ja. Naja, bald kann ja wieder was getan werden, wir haben ja bald hier wieder Ferien, nennt sich sowas. Also Herbstferien. Ja, kurz da drauf sind auch schon wieder Weihnachtsferien, das dauert ja auch nicht lange, das geht ja auch ratzfatz. Zwei Augenschläge, dann haben wir Heiligabend. Das geht ganz fix. Und dann kriegen die artigen Kinder, kriegen Geschenke, die unartigen Kinder, kriegen die Rute. Oder wie war das? War doch irgendwie so, ne? Na, ich kriege jedes Jahr die Rute. Bin nicht artig. Bin unartig. So ist das. Nein, ich kriege natürlich auch Geschenke, weil ich ein ganz lieber Kerl bin. Wenn ich will. Guckt euch das doch mal an jetzt hier. Hm? Ist doch der Wahnsinn, oder? Sag mal. Ich weiß nicht, was das für ein Loch sein soll, aber kann das nicht wegmachen, sag mal. Keine Ahnung. Hm. Hm. Nö. Hat sie nichts mitmachen, ey. Das ist ja der Wahnsinn, oder? Ja, egal. So. Juckt mich nicht. Okay. Okay. Also, dann kommt noch das hier hin. Ah, kommt hier hin, würde ich sagen. Was haben wir denn noch? Sanduhr für die Sauna. Natürlich kommt die daneben. So. Jetzt müssen wir noch, haben wir den Aufguss aber auch gekauft. Kopfkopfstützen, Sauna. Eckbank. So. So noch. Ah, das ist nicht hell, ich wollte sie dunkel haben. So. Eigentlich kann... So, und dann muss, äh, geht das hier in dunkel über, zack. So, wie mag ich noch nicht gerne? Na, geht halt nicht anders, ne? So. 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 so perfekt nämlich ganz perfekt die tür noch ausbauen und dann kommt hier nämlich eine saunatür hin yo Das ist halt ein kleines Sau noch fertig. So, perfekt. Ja, so ist es auch super. Nein, das ist noch nicht super, weil das fehlt noch so. So, jetzt. Top, wir haben auch eine Sauna drin. Spitzenmäßig. So, Farben. So, jetzt. So, Farbe haben wir auch fertig. Jetzt kommt die nächste Farbe. Wir wollen ja nicht nur so Tristes haben, sondern wir wollen ja auch ein bisschen Kontrast haben. Hmm. Also hier gehe ich mal von meinen Grundsätzen weg. Hier mache ich das auch gelb, weil drei Farben in einem Zimmer ist dann doch bei solchen Farben, wie ich sie jetzt genommen habe, doch ein bisschen viel. Von daher würde ich sagen, das ist so, das ist eigentlich schon okay. Na, ich muss da hinten nochmal ran. Perfekt. So, jetzt müssen wir nochmal, ähm, Schränke, Schränke, Schreibtische, genau, Schreibtische, ich will den da in Erde. Finde ich geil. Genau so will ich das Ding haben. So, und jetzt müssen wir nochmal gucken, äh, jetzt, jetzt kommt hier meine Pflanze rein, die ich mir so gerne habe. Ich weiß nicht, kommt ja mal dahin und dann haben wir die Pflanze noch, die kommt dahin. So, dann kommt hier noch, äh, bapapapam, 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 Schränke, Schränke bin ich nicht so, bin ich so der Schranktyp. Eigentlich. Hm. So, gucken wir mal, das kommt dann da weg. Doch, den machen wir noch dahin, der sieht nämlich cool aus. Die kommt so dahin. So, und dann würde ich sagen, machen wir nämlich, äh, Regale suchen wir mal. Ich habe hier schöne Regale gefunden, in weiß zum Beispiel. Finde ich top. Das kann man da so hinstellen. So, und dann müssen wir noch, äh, Wandlampen. Ich stehe eigentlich nicht immer so auf, ähm, auf, auf Deckenlampen, ne. Weil Deckenlampen kommt das Licht immer von oben. Ich finde das, so Licht müsste eigentlich immer von der Seite diffus sogar kommen. Also, das fände ich ja richtig geil, ne. Da noch mal eine Lampe hin. So. Irgendwo muss er das Licht ja auch anmachen können, ne. Sonst funktioniert das ja nicht, ne. So. Wie siehst du? Nächster Raum fertig. Mehr braucht gar nicht hin. Also, ja, vielleicht noch. Keine Ahnung. Elektrogeräte. Gibt es sowas hier? TV und HiFi. Hm. Hier, da kann da so ein PC dahin stellen. Ja, so zack. Dazu gehört dann aber auch noch ein... Monitor. Das ist ein riesen Monitor hier. Ich wusste gar nicht, dass der Monitor so riesig ist, ne. Das war mir zu viel. Also, Monitor ja, aber nicht so riesig. Absolut kacke. So. Dann, dann brauchen wir noch eine Maus. Maus. Hier hin. Ne. Ne Testtür brauchen wir noch. Tastatur. Kommt hier hin. So. Dann brauchen wir noch Lautsprecher. Standard. So. So. Jetzt müssen wir noch Deko. Fotos und Bilder. Haushaltswaren. Gips und Farben und Teppiche und Wandfliesen. Vorhänge, Jalousien. Türen, Tische, Teppiche, Stühle, sonstiges. Ich weiß nicht, was sonstiges. Sandu braucht man nicht. Nicht Haken, nicht Michel. Brauchen wir auch nicht. Wenn einmal. Nein. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Irgendwie. Irgendwie was interessantes. Sowas zum Beispiel. Das können wir hier hinstellen. So. Dann wäre das jetzt auch schon wieder fertig. Das Zimmer. Zack. Top. Das haben wir fertig. 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 Bleibt jetzt nur noch hier. Und zwar machen wir... Was machen wir denn da? Ich würde sagen, da bauen wir erstmal Anschlüsse in der Heizung ein. Ne, nicht die da. Ne, auch nicht die da, glaube ich. Ist das. Montieren wir mal eben schnell. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. So. Und dann machen wir später... Später weiter würde ich sagen. Später weiter würde ich sagen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Also haut den Daumen. Solltet ihr Verlangen haben, keine neuen Videos zu verpassen, dann würde ich euch empfehlen noch einmal auf die Glocke zu hauen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder eine schöne Nacht. Bleibt sauber. Das war's von mir. Euer Crazypille. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Amin. Bye.